So, guten Morgen zusammen, ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Bevor wir aber hier in den Riesen-Shop reingehen, erstmal eine ganz kurze Frage an euch, ob ihr Lust drauf habt, nicht Luft, Lust, auf dieses Suchen-Zerstören-Turnier. Das Problem ist halt einfach, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt irgendwas zu gewinnen gibt, aber im Prinzip die 128 besten Teams kommen quasi in die zweite Runde für morgen. Ich weiß aber auch nicht, ob wir da überhaupt durch wechseln können, weil ich schließe dich mit fünf Freunden zusammen und weiß blablabla. Die Frage ist aber, müsste doch eigentlich gehen, das zählt doch für jeden Einzelnen und entweder hat man halt die Berechtigung mitzumachen oder nicht. Sehe ich doch eigentlich richtig so, oder? Aber, wie gesagt, 17 Uhr ist Beginn, also wenn ihr Bock dazu habt, einfach mal in die Kommentare reinschreiben, damit ich ungefähr weiß, ob ihr das machen wollt oder nicht, weil dann lassen wir Rettet die Welt heute ausfallen und kümmern uns halt wirklich um das Turnier und gucken halt einfach mal, wie weit wir zusammenkommen. So, dann gehen wir mal direkt rein in den Shop und was sehen wir genau? Ganz, ganz neue Skins. Ganz ehrlich, ich würde fast behaupten, das sind die besten 800 V-Bucks Skins, die wir bis jetzt hatten. so generell, weil für 800 V-Bucks, der könnte auch easy, 1200, 1500, 2000, also mir gefällt das schon irgendwie. ist zwar irgendwie auch ein bisschen mysteriös und krank, aber der hier gefällt mir definitiv. bei der Frau, ja doch auch, das hat, also hier ist auch top, zum Beispiel so top, das top ist top, also noch nicht schlecht. Aber so, die ganze Zusammenstellung, also für 800 V-Bucks macht mir hier wirklich nichts verkehrt. So, da haben wir die zwei, dann ist nämlich schon wieder der Farbenbomber da, gefühlt alle zwei Wochen. Ich weiß auch nicht, auch wenn er aus Season 1 ist, aber der ist inzwischen so oft im Shop, ey. Das ist echt schon, heieiei. Dann der Farbenkanonier, auch mit dem passenden schönen Rucksack. Mein Kettles, meine Katzen sind wieder in der Küche unterwegs. Ah, furchtbar. So, aber da muss ich sagen, der Rucksack geht überhaupt nicht. Also wer mit dem Rucksack spielt, Respekt. Ich könnte mit dem wirklich absolut nicht spielen. So, dann haben wir noch die passende Pickaxe. Also okay, aber ich würde es halt nicht holen. Also mein Geschmack wäre es absolut nicht. Und dann haben wir natürlich noch das Riesen-Lava. Ich weiß nicht, diese Kleider, genauso wie diesen Rucksack. Ich finde die alle so riesig. Aber wir wissen ja, Geschmäcker sind verschieden. So, wenn ihr euch auch irgendwas kaufen wollt, davon vergesst nicht, meinen QR-Code einzutragen. Yt-Family-Hack. Einfach ein bisschen Liebe da lassen. Ihr kennt ja das Spiel. So, dann haben wir noch den Federverteidiger mit drin. Ja. Das ist halt so Kategorie. Wer hat den skurrilsten oder hässlichsten Skin? Hier wäre eine Idee. Also beim Skin Contest, wenn ich den hätte, würde ich den nehmen. Weil ich weiß nicht, irgendwie ganz furchtbar. Dann wieder das berühmte aufgeklebte Ei. Aber, hört ihr das? Die Katzen sind bekloppt. Holt euch nie Katzen. Die sind wunderbar. Aber wenn die jungen sind, einfach verrückt. So, dann haben wir noch die Einsatzleiterin dabei. Wo ich wieder sagen muss, das erinnert mich jetzt ein bisschen an die neuen Skins. Die würden halt eigentlich auch 1200 V-Bucks wert sein. Aber wir bekommen sie halt für 800. Also ohne Quatsch. Da müsste man eigentlich definitiv zuschlagen. Hier gibt es auf jeden Fall zwei Stile. Einmal in blau. Einmal in grün. Einmal mit Maske. Einmal ohne. Oh ne. Dann haben wir noch das Rücken Accessoire. Das ändert sich sobald man mehrere Kills macht. Wie man hier auf dem Bild sehen kann, ändert sich dann nur die Farbe und die Skala. So, wir müssen uns ein bisschen ran halten, weil heute ist der Shop echt riesig. Dann haben wir Sonnenspross noch. Erstmal danke nochmal an den, der es mir geschenkt hat. Oh, das würde sogar bei der drauf passen. So, die Blume passt komischerweise bei voll vielen Skins drauf. Einfach, es ist eine schöne Blume. Ein Quatsch. Aber passt halt einfach irgendwie. Ist jetzt nicht so ganz weltfremd, aber würde passen. Und dann die Punktetafel ist wieder da. Das finde ich war das wichtigste Emote, was ich bis jetzt auf dem Account gebraucht habe. Also da geht definitiv nochmal Grüße raus. Wer da direkt als erstes zugeschlagen hat und mir das geschenkt hat. Für 200 B-Bucks. Aber man kann es halt eigentlich nur im Stream oder so benutzen. Wenn man jetzt nicht irgendwie was auf Youtube macht oder so. Ja, braucht man es eigentlich nicht unbedingt. Dann haben wir hier noch die Pickaxe, das Wasser ist. Ah. Hat sich irgendwie so ein bisschen in den Shop verlaufen würde ich sagen. Dann. Musik. Ansteckend. Ist natürlich schon längst hochgeladen. Zu langsam muss ich doch nicht mehr jeden Tanz hochladen, weil wir schon einige oben haben. Aber wenn es das ganze geben will, denkt dran. Auf meinem Kanal sind die halt für 15 Minuten drauf. Extra. Damit ihr diese Musik verwenden könnt für eventuell eure Hintergründe. Für die Hintergrundmusik eures Youtube Videos. So. Dann haben wir. Ist noch nicht fertig. Harley Quinn immer noch drin. Kostet bei mir 500. Da ich den Skin schon habe. Ich würde halt die zwei Pickaxe bekommen für 500. Aber ich bin mir da immer noch nicht sicher. So. Hier sehen wir das ganze nochmal. Einzelne würde ich halt 800 bezahlen pro Pickaxe. Deshalb kommt auch diese riesen Ersparnis zusammen. Dann haben wir noch. Das Paket ist immer noch da. Wie ihr wisst ihr. Gibt es in drei verschiedenen Varianten. Einmal den dunklen Tarnfleck. Der ganz helle Tarnfleck. Und dann die braun-grüne Variante. Ja. Ich habe ja schon gesagt. Die Skins muss halt jeder selber wissen. Also mein Geschmack ist es wirklich nicht. Also keine einzige Variante. Wenn die weiße noch. Aber selbst die ist so. Ja. Nee. Weiß nicht. Ja. Aber das muss halt jeder selber durch. So. Dann haben wir hier hinten nochmal sechs Sachen. Nämlich Liebestor. Der hat sich jetzt hier hinten hin versteckt. Einmal die dunkle Variante. Hab ich ja schon gesagt. Die dunkle Variante würde ich wählen. Die allerdings glaube ich nicht. Schön macht ihr das Katzen. Sie sind wieder live dabei. Das Rückenastzeug gibt es auch in zwei verschiedenen Sachen. Einmal in rosa. Einmal in lila. Neu. Farben. Farben. Dann der Skin in schwarz ist auch da. Mit dem neuen Stil. Also auch da gerne zugreifen. Die Frage ist. Wo kommt er so schnell wieder oder nicht? Dann haben wir die Wutstreiterin dabei. Auch für 800 V-Bucks. Ich sag ja. Derzeit ist was 800 V-Bucks Skins betrifft. Echt die Hölle los. Dann haben wir den Herzensbrecher. Ich habe schon gelesen. Paar hatten den. Dachten er wäre OG. Bleibt OG. Aber jetzt ist er halt wieder da. Aber Leute. Jetzt macht euch nicht so einen Kopf wegen OG Skin oder nicht. Die Frage ist. Wird er jetzt noch gekauft? Zum Beispiel. Dann. Das wichtigste überhaupt ist hier. Ihr müsst damit spielen wollen. Weil es bringt euch auch nix einen Skin zu haben. Der nur einmal im Shop war. Aber ihr findet ihn hässlich und hast ihn nicht gesehen. Nur um zu sagen. Hallo ich habe einen. Muss jeder selber entscheiden. Dann haben wir das Schokolama mit drin. Ich will euch jetzt noch meine Katzen für Probleme haben. Die haben gerade zu fressen gedrückt. Ah ist ok der Schokolama. Aber muss man nicht haben würde ich sagen. Oh. Was hat das denn für einen Hengen Kleider? Ach da sind wir wieder beim Thema OG. Für mich sind das die OG Kleider. Er kommt aus Season 1. Ja. Aber ich meine die Art und Weise. So. Dann haben wir uns doch beeilt. Und sind trotzdem bei 9 Minuten. Denkt dran. Das war es erstmal mit dem normalen Shop Video. Vergesst nicht Creator Code einzutragen. Würde mich als Supporten. Wir gehen schnell rüber und retten die Welt. Und gucken einfach mal was da so los ist. Und. Dann würde ich sagen. Bis gleich. So. Da bin ich wieder zurück. Ihr wisst ja. Ich habe irgendwie das Problem. Bei jeder Aufnahme. Muss ich mindestens einmal niesen. Morgens. Lieb ich dann an der Baustelle. Immer wie morgens im Shop Video. Entweder muss ich husten. Oder niesen. Nee. Was Rettet die Welt betrifft. Muss euch schon leider wieder enttäuschen. Es gibt keine V-Bucks Aufgabe. Aber wir gucken trotzdem gerade in den Shop rein. Schleuderaffe und Co. Wollen natürlich auch wissen. Was ist da. So. Erstmal gibt es hier 150 V-Bucks. Schmeckt schon mal auf jeden Fall. Was haben wir. Ein Upgrade Lama. Aber da ist nichts besonderes drin. Und dann halt Helden Lama. Also ich würde sagen. Heute nichts besonderes drin. Das Problem ist. Seht ihr. Ich muss mich hier eigentlich immer noch zuschlagen. So. Dann würde ich aber sagen. War es das schon wieder mit dem Shop Video. Euch einen schönen Tag noch. Und in dem Sinne. Haut rein. Tschüss. Tschüss.